Was ich Ihnen jetzt erzähle, klingt verrückt. Aber Sie müssen mir zuhören. Ihr aller Leben hängt davon ab. Das hier ist nicht das erste Mal, dass wir dieses Gespräch führen. Welcher Tag ist heute? Der Tag der Abrechnung. Sie sind gerade mit den neuen Rekruten angekommen. Die Invasion wird fehlschlagen. Alle Ihre Soldaten werden versagen. Wir verlieren alles. Kommen Sie zu mir, wenn Sie aufwachen! Sie wissen, was gerade mit mir passiert. Was mit Ihnen passiert, das habe ich auch durchgemacht. Sie haben deren Kräfte gestohlen. Ich brauche Ihre Hilfe. Und wobei genau? Den Krieg zu gewinnen. Wir können es schaffen. Kommen Sie jeden Tag her und ich trainiere Sie. Egal, was ich tue, hier ist die Grenze. Was für eine Rolle spielt es, was mit mir geschieht? Ich bin kein Soldat. Natürlich nicht. Sie sind eine Waffe. Guten Morgen. Unser Thema heute sind die romanischen Sprachen. Neuigkeiten, die Sie teilen wollen? Auch acht Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch. Mama, was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet. Dr. Banks, ich bin Colonel G.T. Webber. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen. Ist das... Nicht jeder ist zu solchen Erfahrungen gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress? Zählt jetzt? Wir brauchen Antworten so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her? Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ja, das war kein Traum. Was passiert jetzt? Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Wie viele? Wir sind eins von zwölf. In unserer Welt gibt es nicht den Einranführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Wie klären wir Ihre Absichten? Ich gehe noch mal rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen. Jetzt haben wir uns angemessen vorgestellt. Ihr müsst alle zusammen daran arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass alles, was passiert, mit uns beiden zusammenhängt. Ich weiß, was das ist. Was steht da? Waffe anbieten. Ich brauche keinen Dolmetscher, um das zu verstehen. Wir wissen nicht, ob Sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. China hat gerade gedroht, Ihre Muschel zu zerstören. Was immer Sie machen, Frankreich und Korea werden folgen. Das könnte globalen Krieg bedeuten. Wir müssen mit allen Orten reden. Wir müssen einmal zusammenarbeiten. Uns bleiben 15 Stunden, bis die Hölle losbricht. Träumst du in Ihrer Sprache? Ich weiß, warum Sie hier sind. Was zum Teufel tut sie da? Vertraust du mir? Zu den aktuellen Nachrichten. Die ganze Welt ist zoll. Die Geschichte der Menschheit hat sich seit heute verändert. Dieses Raumschiff scheint über Johannesburg stehen zu bleiben. Sie geben so viel Geld aus, um sie hier zu behalten. Sie könnten es doch für andere Dinge verwenden. Wenigstens halten Sie sie getrennt von uns. Wie funktionieren eure Waffen? Wir berichten live aus District 9, dem Flüchtlingscamp, das errichtet wurde, um die Aliens von der menschlichen Bevölkerung zu trennen. Ich sollte eine schusslichere Weste bekommen. Machen Sie sich keine Sorgen, das geht schon in Ordnung. MNU Agents, machen Sie bitte die Tür auf. Das hier ist ein erstaunlicher Fund. So ein Gerät habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, auf dem hier sind Markierungen drauf von... Es stammt also definitiv von Aliens. Aber es ist... Es ist keine Waffe. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte stürmen District 9. Eigentlich wusste niemand, was das für ein Ort war. Holt ihn mir. Es wird schnell gehen. Es wird sauber laufen. Und das allerbeste... Hey, hey, hey! Es wird geräuschlos sein. Es gibt eine Menge Geheimnisse in District 9. Es wird geräuschlos sein. Bis zum nächsten Mal. 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 Was ist passiert? All of this is to start our new life. Where is it? Let me the fuck out! Molin! Holy shit. Holy shit. Ein König regiert. Und dann stirbt er. Das ist unvermeidlich. Rometheus ist gelandet. Dies sind uralte Zivilisationen. Zwischen ihnen lagen Jahrhunderte. Und doch findet man in jeder einzelnen das gleiche Piktogramm. Du lächelst. Ich glaube, sie wollen, dass wir sie finden. Wir sind wegen einer Karte hier, die ihr zwei in der Höhle gefunden habt? Keine Karte. Eine Einladung. Von wem? Bitte sagen Sie, dass sie das lesen kann. Prometheus, seht ihr das? Was auch immer die Sonde da registriert, es ist eine Lebensform. Wie meinen Sie das, Lebensform? Über uns. Sie verändern sich. Verändern sich in was? Sie bewegen sich. Diese Dinger bewegen sich. Was ist das? Das ist ein Schiff. Sie brechen auf. Und wohin? Zur Erde. Wir haben einen Fehler gemacht. Bringen Sie uns nach Hause! Wenn Sie es nicht aufhalten, gibt es kein Zuhause mehr, zu dem wir zurückkehren können. Warum ist diese Tür offen? Schneid es raus! Schneid es raus! Schneid es raus! Große Dinge haben einen kleinen Ursprung. Große Dinge haben einen kleinen Ursprung und einige Hörner. Für die Dinger zu werden, die Leipzig aperteilt hat sich die Haut. Gäubleien ist ein Schiff. Sie haben sich mit der Gäublein ein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich will den Anwalt. Wir wissen beide, dass diese Tage vorbei sind. Du musst dich entscheiden. Arbeite für mich. Oder du endest wie dein Vater. Fahr zurück! Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Vor dem ersten Kontakt haben wir alle einander bekämpft. Bis die Legislatoren uns einen besseren Weg aufgezeigt haben. Sie beschützen uns vor der Anarchie. Sagen Sie unseren Freunden da unten, sie haben unsere volle Unterstützung. Harmonie, Frieden, das ist gelogen, die nehmen uns alles. Was soll ich tun? Solange wir uns wehren, haben wir eine Chance. Das ist ein organisierter Widerstand. Sie nennen sich der Phönix. Sie kommunizieren über ein Netzwerk. Die planen irgendeine große Sache. Das Team legt heute los. Bereit? Der Kanal lässt sich lebendig erwischen. Hallo, Gabriel. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe einen Plan. Du hast einen Job zu erledigen. Ein Streichhund kann einen Krieg entfachen. Ich gehe das Risiko ein. Ich will, dass alles wieder so wird wie früher. Es ist wie ich sagte. Diese Tage sind vorbei. Ich gehe das. Sieh doch raus, sieh doch raus. Singst du nicht mit mir? Dann lass uns doch ein Lied singen, das dir auch gefällt. Weißt du, das mit den Rosen fand ich eigentlich ganz nett. Du kannst nur nicht singen. Tatjana Ljurievna, ich hätte gern Ihre Expertenmeinung. Sie haben doch sicherlich von der Orbit 4-Landung kürzlich gehört. Wir haben einen Tag vor der Landung den Kontakt zur Besatzung verloren. Es scheint einen Zwischenfall im Weltraum gegeben zu haben. Ich denke, Sie werden diesen Fall sehr interessant finden. Ich habe Sie noch nie gesehen. Ich soll Ihren derzeitigen Zustand bewerten. Können Sie mir sagen, warum ich hier festgehalten werde? Sie haben einen Teil der Videoaufnahmen entfernt. Ich hätte Sie früher in alles hier einweinend sein. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Sie haben ein Wesen aus dem Weltraum mitgebracht. Es steckt in Ihrem Körper. Ich muss mir die Möglichkeit vorbehalten, es zu vernichten, wenn wir die Kontrolle verlieren. Helfen Sie mir, Tanja. Gehen Sie zurück nach Moskau, solange Sie das noch können. Wir riskieren ein Menschenleben. Ein Kosmonaut. Ein Held der Sowjetunion. Ein Held ist auf alles vorbereitet. Selbst wenn er sich opfern muss. Warum ich? Kortia. Es fängt an sich an zu passen. Läuft weg. Sie kennen mich nicht. Sie kennen sich doch selbst nicht, Tatiana. Unsere Katarina. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du hast Glück, dass du noch lebst Stopp, bleib wo du bist Meine Frau Oh mein Gott Tut mir leid Ich habe noch nie eine Frau gesehen Wer bist du? Es ist so laut hier Sie nennen es Lärm Es ist bei allen Männern auf dem Planeten so Jeder Gedanke in unserem Kopf ist sichtbar Wo sind die Frauen geblieben? Sie sind tot Was denkt sie? Wo ist ihr Lärm? Es ist seltsam zu sehen, was du so denkst Ich finde es auch seltsam nicht zu wissen, was in deinem Kopf vorgeht Vielleicht kannst du ja meinen Hund nicht leiden Oder willst mich mit einem Steiner schlagen Ich kann deinen Hund leiden Er ist stärker als er denkt Pass auf deinen Lärm auf Schlange Wenn diese Männer dich kriegen, bringen sie dich um Steig ins Boot Bei Olaf Wenn du sie beschützen willst Musst du jetzt gehen Ich muss sie beschützen Sie beschützen Beschützen Mit ihrer Macht wird er unberechenbar Ich will sie haben, bevor sie ihn warnt Wie viele werden kommen? 100? 200? Tausende Ich bin Todd Hewitt Sei ein Mann Kämpf Sei still Ich versuch's ja Komm schon Kämpf 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 Wissen Sie, was für einen Job ich hier mache? Man nennt es Akquisition Ich schaue hoch und fang auf, was so vom Himmel runterfällt Was ist in dem Schiff? Erzählen Sie mir von der Mission Haben Sie ihm etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ist nicht unsere Gehaltsstufe Dann komm ich jetzt ein Keks? Na schön, irgendwas ist in Mexiko schiefgelaufen Und jetzt will keiner irgendwelche zeigen Wir müssen wissen, ob Sie und Ihre Männer eine Bedrohung darstellen Wir sind Ranger Hey Baxley Wenn die Vagina deiner Mom Videospiel wäre Würde es geile Schlampe macht's mit jedem heißen Ist denn die Bedrohung? Nicht gerade der Sinn der Sache Predators sitzen nicht einfach rum und basteln Hüte aus Brustkörben Sie haben das alle erobert Aber ich glaube nicht, dass Sie herkommen Muss ich Angst haben? Wahrscheinlich Ich glaube, Sie wissen, was auf diesem Schiff ist Der ultimative Predator Knallt ihn ab Vielleicht gehen wir drauf Aber noch sind wir da Na los, komm uns holen Was ist das letzte, woran du dich erinnerst? Ganz plötzlich war da ein Licht Und dann bin ich gefallen Und wer seid ihr? Ich sollte vorgestern exekutiert werden Ich war im Kampfeinsatz Ich genauso Black Ops Yakuza Wir müssen als Team arbeiten Sieht das hier für dich nach teamorientierten Kandidaten aus? Sie können dich hören Dich riechen Und dich sehen Wir wurden auserwählt Wofür? Dieser Planet ist ein Spielfeld Und wir sind das Spiel Und wir sind das Spielfeld 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 Und wir sind das Spielfeld